Liebe Leute, es ist wieder so weit. Wir sind in Wiesbaden und heute mache ich mal die Tickets im Laub, da Lukas und Flo noch im Zug sitzen. So, das habe ich gemalt und zwar eine Familie, die sich sehr freut, dass sie gewonnen hat. Junge, was ist mit deiner Hose passiert? Was ist mit deiner Hose passiert? Ich mache das wie auf Instagram, da malen die auch immer aus irgendwelchen Flecken und dann Bilder. Schreibt mal in die Kommis, ob ihr das cool findet oder ob ihr das nächste kommt. Hier ist immer noch der Rest Traubensack, kannst du den mit dem Taschentuch? Ich wollte hier gerade mal einen kleinen Blick durchs geheime Fenster werfen, aber dafür mache ich zuerst das Licht aus und dann schauen wir doch mal. Ah ja. Alle Jahre wieder macht die Familie Stress. Weil man sich sowieso viel zu selten blicken lässt. Schraubt eure Erwartungen Himmel hoch hinaus. Sie alle zu erfüllen schafft nicht mal Santa Claus. Die Familie macht Stress groß fest. 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 Die Familie macht Stress groß fest.